Live! Sie kennen mich. Stabler is coming home. Ich war ein verdammt guter Polizist. Und jetzt bin ich ein noch besserer Polizist. Mein Job ist es, Schurken zu fangen. Sie wollen mich fertig machen. Versuchen Sie es. Es geht los! Ich weiß, was Sie sind. Ach ja. Law and Order. Organized Crime. Ab 8. September 21 Uhr auf 13th Street. Und auch auf Abruf. Ich jage die Person, die für den Tod meiner Frau verantwortlich ist. Und ich will antworten. Er ist einer der größten Drogenhändler der Welt. Solche schweren Anschuldigungen verlangen nach handfesten Beweis. Sie finde ich. Du bist die halbe Nacht wacht und hast Albträume. Du schreist im Schlaf. Lass dir bitte helfen, Dave. Wir beide wissen noch, um was es hier geht. Sie sind so gut wie tot. Law and Order. Organized Crime. Ab 8. September 21 Uhr auf 13th Street. Und auch auf Abruf. Wer ist das? Das ist Eddie Wagner. Er arbeitet für mich. Stabler geht undercover. Wer hat dich angeheuert? Sag mir Namen. Bist du einer von uns, dann bist du einer von uns. In der zweiten Staffel von Law and Order. Organized Crime. Ab 23. Februar 20 Uhr 13. Auf 13th Street. Wie viele Schießereien bis hier so weit sind, um gegen die albanischen Gangster zuzuschlagen. Die hören erst auf, wenn niemand mehr übrig sein wird. Stabler undercover. Was soll ich machen? Die Bruder abfackeln. Die ziehen in den Krieg. Und das macht es für sie gefährlicher. Wir Albaner, wir trauen Außenstehenden eigentlich nicht. Du bist ein Außenstehender. Ich kann sie abziehen. Nein, ich bin ganz nah dran. Die neuen Folgen. Law and Order. Organized Crime. Staffel 2. Ab 23. Februar 20 Uhr 13. Auf 13th Street und auf Abruf. Den Prozess könnten Sie ohne ein Geständnis gewinnen? Legen Sie los. Die Mutter aller Crime Shows kehrt zurück. Die in alten Zeiten, stimmt's? Das ist nicht die ganze Wahrheit, oder? Was tun Sie hier? Das doppelte Comeback. Schön, Sie wiederzusehen. Von Law and Order. Ab 21. Juni. Ich freue mich drauf. Und ab 22. Juni Law and Order. Organized Crime. Auf 13th Street. Wir kommen wiederCor below. Wir werden mit lately diskutiert, yarnity. Wir kommen wieder loin. Wir kommen wiederholen. Wir kommen wiederтерес. Runenaviauerung.